Ja, hallo YouTube, hier ist wieder Florian. Florian für euch mit dem dritten Video in der Auslandsjahr-Japan-Playlist. Und ja, das heutige Video wird sich so ungefähr in drei Teile teilen, wobei ein Teil davon sich nochmal in zwei kleinere Abschnitte auch nochmal unterteilen wird. Und zwar soll es mir jetzt im ersten Teil nochmal um das Auslands-Bafig gehen, weil da hier, wie man sieht, ein neuer Brief angekommen war. Also jetzt, Mitte August, ist es nicht mehr so neu hier, Mitte Juni. Aber es gab viel zu tun und deswegen möchte ich das natürlich trotzdem mit euch durchgehen. Der zweite Teil wird dann sein, was wir an Materialien von der japanischen Uni, von der Shinju Daigaku, bekommen haben Anfang Juli und was da noch zu tun ist. Und im letzten dritten Teil möchte ich mich dann ein wenig mit der Visa-Beantragung, die jetzt bei mir auch unmittelbar bevorsteht, auch noch ein wenig beschäftigen. Und ja, dann angefangen hier mit dem Auslands-Bafig, die Bewerbung. Da kam hier eben Mitte Juni dieser Brief hier an. Ich hatte ja schon diverse Materialien Ende März hingeschickt gehabt und musste dann zwischendurch kam schon mal ein Brief, wo drin stand, was noch so an Sachen fehlt, wie zum Beispiel den Tätigkeitsnachweis für Geschwister und so weiter. Das hatte ich ja, glaube ich, auch gezeigt gehabt im letzten, im zweiten Video. Sollte ich mich irren, bitte ich das zu entschuldigen. Auf jeden Fall, hier kam noch mal ein ganz großer Brocken, was sie hier so haben wollen an Sachen in dem Brief, wovon wir uns nur einige Sachen im Folgenden auch angucken wollen, was da so auszufüllen ist an diversen Sachen. Ich hatte sowieso ein bisschen mehr zu tun, weil ich ja den Studiengang zwischenzeitlich ja mal gewechselt hatte auf die Japanologie. Da wollten sie auch noch was haben. Schauen wir uns aber gleich an. Das hier ist also die erste Seite von dem zweiseitigen Brief mit den Sachen, die sie noch brauchen. Zum Beispiel also hier Vollmacht für die Dauer eines Auslandsaufenthaltes, wäre dann mein Bevollmächtigter. Hier ist dann eine Erklärung zur Unterkunft, während ich im Ausland bin. Krankenkassenbescheinigung, Information über Auslandskrankenversicherung, aktuelle Immatrikulationsbescheinigung. Die hatte ich noch nicht, als ich den ersten Brocken losgeschickt habe. Dann Riesda, Rente vom Vater. Da brauchte ich noch was. Das Formenblatt 5 hatte ich ganz total vergessen. Ich hatte es schon ausgefüllt gehabt von der Universität, ausfüllen lassen und hatte es einfach irgendwie vergessen mitzuschicken. Da musste ich dann auch noch nachreichen. Das hier ist dann die zweite Seite. Und ja, da vorläufige Einschreibebescheinigung der Ausländischen Hochschule. Und dann die endgültige, sobald vorlegbar, soll dann auch noch nachgereicht werden. Nachweise über Studiengebühren, über Bemühungen um Erlass dergleichen, ob man noch ein anderes Stipendium bekommt, Hinweise über Hin- und Rückflüge, sobald vorliegend. Und dann eben, was für mich jetzt spezifisch noch war, was andere zum Teil nicht machen müssen, die sich jetzt für das Auslands-Bafel beworben haben, die jetzt keinen Fachrichtungswechsel hatten wie ich. Ich musste hier noch was extra ausfüllen. Das zeige ich euch dann auch gleich noch das Blatt. Und Anrechnungsbescheinigungen von Studienleistungen. Diese ganze Liste hier wollten sie von mir haben. Und ja, dann gucken wir uns mal so ein paar Sachen an. Also das hier war dann der, ein paar, ja so Formulare haben sie dann so in Lea mir hingeschickt. Also die dann zum Ausfüllen entsprechend mit dabei lagen, dass man sie dann eben ausfüllt und zurückschickt. Eben zum Beispiel hier diese Bevollmächtigung, bei der ich dann natürlich meinen Vater, wo ich natürlich jetzt den Namen und die Anschrift hier aufgrund von datenrechtlichen Gründen geschwärzt habe, natürlich meinen Vater entsprechend angegeben und hingeschickt. Dann, dass ich eben während des Auslandsaufenthalts nicht bei Eltern oder einem Elternteil wohne oder dass es nicht Eigentum meiner Eltern ist. Dazu musste das hier ausgefüllt werden. Dann, weitere Infos jetzt genau, wo man dann wohnen wird im Ausland, wollten sie gar nicht wissen. Ich dachte, sowas käme. Dann, ja, wer will, kann sich das durchlesen. Das hier ist dann entsprechend zur Auslandskrankenversicherung Information. Da habe ich dann ein bisschen selbst was geschrieben und hingeschickt, eingescannt von den Sachen, die wir von der Shinju Universität bekommen haben, was wir für Versicherungen in Japan annehmen müssen. Dazu kommen wir später dann im zweiten Teil des Videos auch nochmal. Das ist jetzt sehr witzig und zwar dieses Zertifikat lag bei und noch ein anderes, was auszufüllen ist von der japanischen Uni. Also das mussten wir über das Akademische Auslandsamt oder so hinschicken. Bei mir war es so, dass die Beauftragte für die Auslandsstudenten in Leipzig ihre Unterschrift hier draufgesetzt hat, dass sie sozusagen Vertreterin ist oder, ja, wie kann man sagen, dass sie dafür einsteht, dass ich wirklich einen Austauschplatz habe. Deswegen wurde das nicht nach Japan geschickt. Sie hat das ausgefüllt und diesen Zettel hier habe ich dann eben hingeschickt, dass ich also vorläufig dort eingeschrieben bin an der japanischen Uni. Und, ja, so hier sieht dann der leere Zettel für die endgültige Bescheinigung aus. Wenn ihr es miteinander vergleicht, also wenn ihr euch den Zettel jetzt hier leer vorstellt, es ist exakt dasselbe. Der einzige Unterschied auf diesem Zettel ist dieser Kasten hier, wo einmal hier eben endgültig steht und hier vorläufige Bescheinigung. Sonst ist da nichts anderes. Das muss man extra nochmal ausfüllen lassen, sobald man in Japan ist, von den dort Zuständigen und dann zurück nach Deutschland schicken zum akademischen, nicht zum akademischen Auslandsamt, sondern zum Amt für Auslandsbildungsförderung, natürlich für das, ja, AuslandsBAföG eben. Wie gesagt, das Studentenwerk Tübingen-Hohenheim, dort ist das für Japan oder Ostasien Zuständige. Amt für Ausbildungsförderung, deswegen ist immer von denen entsprechend hier dieses Zeichen mit drauf, als ihr euch gewundert habt. Ja, so sieht das entsprechend aus. Und, genau, das hier ist, ob ich ein Stipendium oder dergleichen bekomme. Das hat dann auch ausgefüllt das Akademische Auslandsamt, die dort Zuständige. Und zwar hat sie dann eben geschrieben, dass wir in einer Universitätspartnerschaft sind. Und zwar, es ist ja ein bilateraler internationaler Studentenaustausch zwischen Hochschulen. Und die Höhe der Förderung ist eben Erlass der Studiengebühren für den Studienaufenthalt. Also das ist dann sozusagen, wenn wir mal kurz zurückgucken auf die Liste, was einzureichen war, ist das sozusagen einmal die vorläufige Einschreibebescheinigung der Ausländischen Hochschule, dann der Nachweis für die gezahlten Studiengebühren und der eventuelle Erlass und dann Bestätigung des Leistungsträgers, Stipendienbescheinigung. Also diese vier Teile sozusagen sind ein einziger Zettel entsprechend bei uns jetzt gewesen. Und zwar dieser hier, weil hier eben der Nachweis ist, keine Studiengebühren um Erlass bemüht und Stipendienförderung sozusagen durch diesen Austausch. Das ist dieser einzelne Zettel hier eben auch auszufüllen von einem akademischen Auslandsamt. Ja, das ist jetzt für alle, die sich sonst zu bewerben und nicht irgendeinen Studiengangwechsel mal gemacht haben, so wie ich, weniger interessant, nur dass ihr es mal gesehen habt. Also so sieht das aus, wenn ihr mal einen Studiengang gewechselt habt, dann ins Ausland geht und euch für das Auslands-BAföG bewerbt, werdet ihr so einen Zettel hier bekommen, wo steht, warum ich sozusagen, wo ich begründen muss, warum ich den Studiengang gewechselt habe oder die vorherige Ausbildung abgebrochen habe. Dazu wollen sie dann einen Studienverlaufsplan haben, wann ich was studiert habe. Dazu habe ich dann ein paar Sachen angehängt, die ich jetzt hier nicht mit eingescannt habe und nicht zeigen werde, es würde zu viel werden. Dann eben, da habe ich dann Studienverlaufsbescheinigungen, Datenabschriften, Notenspiegel mir geholt, bin zu allen Prüfungsämtern, die für mich zuständig war, gegangen, habe mir noch meinen Ausdruck geholt von meinen Noten und so weiter und so fort, habe das alles mit angehängt. Ja, dann, wann ich die jetzige Ausbildung begonnen habe, ob ich mir habe Sachen anrechnen lassen von meinem vorherigen Studium zum jetzigen Studium und dann hier eben die Begründung dafür, warum ich den Studiengang gewechselt habe. Also, ich weiß nicht, ob man das dann lesen kann im Video, wenn ihr es euch durchlesen wollt, könnt ihr das machen. Falls es nicht reicht, kann man dann eventuell auf einem weiteren Blatt fortsetzen, das habe ich dann hier auch gemacht. Hier entsprechend dann also meine zweite Seite mit der Begründung für meinen Studiengang, Fachrichtungswechsel. Wie gesagt, wenn ihr es durchlesen wollt, haltet das Video entsprechend an, an den Stellen. Ja, dann hier eine Bescheinigung über die Anrechnung von Studienzeiten. Das Formular wurde mir auch so mitgeschickt von dem Auslands-BAföG-Amt, meine Güte. Und ja, das musste ich mir dann eben auch ausfüllen lassen von meinem jetzigen Prüfungsamt, ob ich denn mal irgendwann beantragt habe oder mir habe bescheinigen lassen, dass ich von meinem vorherigen Studiengang etwas anrechnen lasse. Ja, ach ja, hier habe ich doch noch eine Sache zumindest eingescannt, eben dann eine Datenabschrift von meinem vorherigen Geschichts- und Physikstudium. Das hatte ich, glaube ich, auf meinem Tumblr-Blog auch schon mal eingescannt und hochgestellt gehabt, diese beiden Blätter. Da ich die nicht mehr gefunden hatte, musste ich die mir nochmal neu holen. Deswegen hier ein relativ aktuelles Datum. Ja, das Ganze wollten sie ja auch bis zum 17.07., wenn ich mich nicht irre eingereicht, haben. Mal gucken. Genau, bis zum 7.07. sollten diese ganzen Materialien, wenn möglich, da sein. Das war zwei Tage nach unserer Prüfung am 15.07., unserer japanischen Sprachprüfung. Und ich habe das, glaube ich, noch am Sonntag, den 14., nachdem ich alles zu Hause fertig gemacht habe, habe ich es dann in den Briefkasten noch geworfen am Sonntag, dass es rechtzeitig rausgeht. Also, da hatte ich dann kurz vor der Prüfung auch noch den ganzen Kram hier zu erledigen für das Auslands-BAföG, was ein bisschen nervig war, aber naja, ihr seht auf jeden Fall, das ist eine ganze, ganze Menge gewesen, was hier zu erledigen war. Ich werde jetzt hier auch nochmal kurz einblenden. Ich habe mir mal aufgenommen am 13.07., kurz bevor ich das losgeschickt habe, wie der Stapel dann mit den fertigen Materialien aussieht, die ich dann letztendlich losgeschickt habe. So sieht das hier eben aus, dieser ganze Batzen ist es dann, den ich losschicken musste. Und ja, dann kommen wir jetzt zum zweiten Teil. Das Auslands-BAföG ist jetzt abgeschlossen. Ich muss jetzt eben warten, ob dann irgendwann jetzt im Laufe des August oder September dann eine endgültige Bestätigung oder so von dem BAföG-Amt kommt, ob ich den Auslands-BAföG erhalte. Ein paar Sachen, die ich jetzt eben noch nicht schicken konnte, wie Rückflugbescheinigung und die aktuelle Immatrikulationsbescheinigung, die muss ich noch nachschicken, das ist aber nicht so wild. Der große Batzen ist zumindest erstmal weg. Dann Anfang Juli, am 1. oder 2. Juli, kam die Information vom Akademischen Auslandsamt, dass die Letter of Acceptance, also die Annahmebestätigung für unsere Einschreibung an der japanischen Uni angekommen sind. Und so hier sieht das Ganze dann also aus. Das hier ist der Letter of Acceptance von der Shinju-Universität in Japan, in Matsumoto. Und ja, wie man sieht, bin ich also jetzt tatsächlich, ich habe die endgültige Bestätigung, ich bin angenommen vom 1. Oktober 2013 bis 30. September 2014, bin ich ein Austauschstudent an der Shinju-Universität in Matsumoto. Ja, das hier ist dann also auch ein wichtiger Zettel, den ich jetzt immer bei mir behalten muss, auch wenn ich nach Japan gehe. Dann kam zusammen mit dem Letter of Acceptance, das kam in so einer kleinen Mappe, kam unter anderem dieses Pre-Arrival Information Broschüre. Da werde ich jetzt mal kurz auf meine andere Kamera wechseln und euch mal kurz einen kleinen Einblick in diese Broschüre werfen. So hier sieht das Ganze dann aus, aber wie gesagt, das kommt jetzt nochmal direkt jetzt hier mit einer Überblendung auf die andere Kamera. Ja, das hier ist die Pre-Arrival Information Broschüre, die wir Anfang Juli zusammen mit dem Letter of Acceptance erhalten haben von der Shinju-Universität, als wir uns die Bestätigung abgeholt haben beim Akademischen Auslandsamt, gab es eine kleine Mappe, wo eben unter anderem auch diese Broschüre hier mit drin war und wir wollen nur mal einen kleinen Blick reinwerfen, also es ist speziell extra für die Austauschstudenten gemacht, also Shinju University Exchange Student Program for 2013 Autumn Inbound Students, für die, die also jetzt im Herbst anfangen werden an der Universität und man sieht, dass es immer so zweigeteilt, die linke Spalte ist immer auf Japanisch und rechts sind dann die Informationen zu bestimmten Punkten dann auf Englisch geschrieben und da sehen wir, was wir hier so haben, also Erklärungen zu den einzelnen Sachen, die wir jetzt bekommen haben, wie den Letter of Acceptance und dann, was man eventuell beachten muss für das Visa, dann wie man zu reisen hat und dann wie man nach Matsumoto überhaupt kommt, was das Housing angeht, also die Unterkunft in Matsumoto dann, Internet, Lebenserhaltungskosten und so weiter und so fort und ja, das ist ja dann wirklich eine sehr schöne und ausführliche Broschüre, was man alles zu beachten hat. Ich habe mir auch, muss ich ehrlich eingestehen, nicht alles jetzt wirklich schon im Einzelnen komplett durchgelesen, zum Beispiel jetzt für die Route, wie man nochmal zum Motor kommt und so weiter, das gucke ich mir dann an, wenn es jetzt wirklich dann akut wird. Was zum Beispiel wichtig war, war hier immer dieses Medical and Healthcare Sache, was man für Versicherungen dann in Japan letztendlich braucht. Ja und so geht das dann hier immer weiter und zum Beispiel auch Informationen, dass man eigentlich mit dem Studentenvisum, was man bekommt, gar keinen Teilzeitjob annehmen kann, es sei denn, man füllt ein extra Formular aus, was wir später noch sehen werden, das haben wir nämlich auch zugeschickt bekommen. Dann hier noch generell eine Checkliste, was man noch einzusenden hat und zwar das Housing und die Insurance, die Versicherungsformen, die habe ich auch schon hingeschickt. Mittlerweile, was ich noch nicht gemacht habe, ist der Travelplan, wie gesagt und dann auch Sachen, die man nach Japan auf jeden Fall mitbringen muss, also der Reisepass, Letter of Acceptance, Certificate of Eligibility und ein Passfoto. Ja und hier ist dann noch so ein kleiner Guide, je nachdem bei welchem Flughafen man ankommt, also Narita hier oben oder hier unten Haneda Airport oder Central Japan International Airport, wie man dann von dort aus letztendlich zur Shinju Universität hier hochkommt, ist dann noch so ein Weg aufgezeichnet, dann noch kleine Mini-Karte von Matsumoto, wo da Campus ist, wo sich das ungefähr in der Stadt befindet und so weiter und so fort, hier unten dann auch. Ja und das ist diese Broschüre, die wir zusammen mit dem Letter of Acceptance zugeschickt bekommen haben.